Hallo liebe Fans, herzlich willkommen hier bei Timeout, den Torwärtskanal der Roten Teufel Bad Nauheim mit einem Auswärtsspiel am Sonntag, den 13.02.2011. Da ging es nach Dortmund zum Spitzenreiter, die Mottofahrt erbarme die Hesse komme in Anlehnung an einen alten Song von den Rotko Monotons. Es wurde ordentlich eingeladen, die Fanclubs hatten gemeinsam mit der ECRT Bad Nauheim GmbH drei Fanbusse organisiert. Die GmbH versprach ordentlich Getränke und auch Verköstigungen, Brezeln wurden mit an Bord geladen. Gut 150 Fans fanden sich ein, die Fanclubs unter anderem die Roten Teufel, die Fanatics. Sie organisierten sich am Parkplatz Frankfurter Straße in Bad Nauheim, verteilten die Fans auf die Busse, die die Fahrt in Richtung Dortmund aufnahmen. Gut 200 Kilometer, auch Sponsoren mit an Bord. Ein Zwischenstopp wurde auch gemacht natürlich, denn das mitgebrachte Bier, es musste ja auch wieder irgendwo hin. Im Siegerland, da machte man kurz Rast. Hatte viel Spaß an Bord, alle drei Busse. Tolle Stimmung vor diesem Spiel, der Tabellenführer, die Dortmunder mit zwölf Punkten vor den Hessen. Aber ja immer noch im Hinterkopf so ein bisschen dieses anhängige Verfahren wegen der Passgeschichte am Anfang der Saison. Sechs Punkte stehen da im Raum. Ja, der Herr Gohl, unser Fanreporter, der uns so oft am Live-Radio mit den Informationen versorgt, sagt hier, er wäre ein bisschen kamerascheu. Aber wir haben ihn natürlich eingefangen und die Fans, als sie schließlich im Westfalenpark dann ankamen, an der Strobelallee, die Stimmung bestens. Ja, man hoffte natürlich, man hatte einmal in Dortmund gewonnen. Die Punkte leider dann abgenommen bekommen. Einmal nach Penalty verloren. Zu Hause ebenfalls einmal gewonnen, einmal verloren. Also eine relativ ausgeglichene Bilanz. Das fünfte Spiel nun also. Aber der EC, trotz der Unterstützung, er war sportlich geschwächt. Lelliger, der Topscorer, nicht dabei. Nach seiner Gehirnerschütterung wurde er weiter geschont. Und auch Matthias Baldis, der ihn in der ersten Reihe als Händler ersetzen sollte, hätte eigentlich nicht spielen sollen. Hatte leisten Probleme. Nichtsdestotrotz die Rundhäufe rein in diese Partie mit dem ersten Schuss. Dritte Minute. Tobias Schwab, Boris Ackers war da rechtzeitig zur Stelle. Die Gäste aus Hessen, sie hatten in den ersten Minuten die besseren Spielanteile, die besseren Möglichkeiten. Hier Lenniger an der Bande, fungierte gleichzeitig als Codtrainer und als Motivator für sein Team. Fuhr natürlich mit, um sich dieses Spitzenspiel anzuschauen. In der Folgezeit dann aber die Elche, die komplett antraten. Sie kamen so langsam immer besser vor den Kasten von Markus Keller. Und es deutete sich auch gleich an in den ersten Minuten, dass hier ordentlich Pfeffer drin war. Hier ging es natürlich nicht nur um die Möglichkeit, den ersten Platz dingfest zu machen. Für die Elche, für Bad Naurheim vielleicht Anschluss weiterzufinden. Es ging natürlich auch ums Prestige. Man sieht sich eventuell in der Zwischenrunde wieder, gleich sogar in den Playoffs. Und dementsprechend die Dortmunder jetzt also mit den besseren Gelegenheiten kamen so langsam vor den Kasten. Wie gesagt, vor Markus Keller. Und ging auch in Führung. Neumann siebte Minute, als die Hessen aus der Kurstadt die Scheibe einfach nicht herausbekamen. Und wurden sogleich bestraft. Dieser Schusskeller machtlos unter die Latte. Satte Handlenkschuss. 1 zu 0 für die Elche. Aber sofort die Antwort. Bad Naurheim in direkten Gegenstoß. Tobias Schwab sieht drüben. Dennis Cardona, der zieht sofort ab. Und ebenfalls unter die Latte. 1 zu 1 Ausgleich. Nur 18 Sekunden später. Das war natürlich die richtige Antwort. Dennis Cardona, der in dieser ersten Formation ja so viele Tore gemacht hat. Ganz wichtig für das Team. Und er auch gleich wieder mittendrin im Geschehen in der nächsten Szene. Wieder Cardona an der Bande. Wie man ihn kennt, tankt er sich durch. Wird von zwei Gegenspielern in die Zange genommen. Gefoult. Und dann diese Szene. Damian Martin bleibt liegen. Wurde getroffen. Es waren einige Spieler um ihn herum. Nicht nur Cardona, auch Mitspieler von Martin. Dieser blutete. Schiedsrichter ließ es zunächst weiterlaufen. Wartete, ob er sich wieder aufrichten würde. Tat er nicht. Dann pfiff er ab. Hier sehen wir natürlich, dass der Dortmunder blutet. Und der Hauptschiedsrichter fährt zu seinem, fuhr zu seinem Linesman. Lässt sich da unterrichten, was da passiert ist. Richtig gesehen hat es wohl keiner. Trotzdem gab man eine Spieldauerstrafe gegen Tennis. Cardona schob ihm hier die Schuld zu. Ein hoher Stock mit Verletzungsfolge. Das hat eine Spieldauer nach sich gezogen. Ja, aber nicht nur dies, sondern auch fünf Minuten Unterzahl. Und die erste Formation, die sowieso schon geschwächt war, weiter mit einem Spieler weniger. Gleich nächste Szene. Hörtler mit einer ähnlichen Szene gegen Patrick Gruber. Ebenfalls ein Stock im Gesicht gelandet. Auch Gruber blutete. Auch hier hatten die Referees es nicht gesehen. Aber es wurde keine Strafe ausgesprochen. Bad Nauheim versucht natürlich, hier mit gleichen Mitteln den Schiedsrichter dazu zu bewegen. Auch eine entsprechende Strafe auszusprechen. Auch Fred Carroll und Lenny Gehr selbstverständlich. Und auch aus unserer Sicht hätte man da konsequenterweise eine Spieldauer gegen Hörtler pfeifen müssen. Das sorgte natürlich für ein bisschen Unmut auf den Rängen. Ein Bad Nauheimer Fan drang in den Sicherheitsbereich vor. Vielleicht etwas übermotiviert und übererhitzt. Die Ordner müssen da natürlich hingehen, wenn einer in den Sicherheitsbereich reingeht. Und das ist Bad Nauheim genauso. Aufregung also pur leider nach dieser Situation. Gruber musste sogar genäht werden nach dieser Szene. Zeigte nochmal der Referee seine blutende Wunde. Ging dann in die Kabine zum Nähen. Wie gesagt, konnte später zum Glück weitermachen. Aber konsequenterweise hätte hier eine Spieldauer ebenso erfolgen müssen. Und da die Tumulte auf der Tribüne, wenn auch möglicherweise verständlich in der einen Art und Weise, da haben sich beide Seiten irgendwie nichts gegeben. Der Fan hätte dort nicht in den Sicherheitsbereich reingehen müssen. Und vielleicht hätte man auch etwas ruhiger, gelassener agieren können. Sei es drum, es beruhigt sich zum Glück auf den Rängen wieder und auch auf dem Eis. Und Hörtler gleich mit der nächsten Szene. Markus Keller voll im Geschehen drin. Aber es war einiges an Action drin. Volles Tempo. Ein echtes Spitzenspiel, wie sich das gehört. Und Keller robt die Torhüter beide. Später auch auf der anderen Seite. Boris Ackers, die beiden Goalies, die ja letzte Saison gebeten haben, einen Gespann bildeten sie mit vielen Szenen. Und mit dieser Situation Schweiger in diesem Powerplay, als die 5 Minuten gegen Cardona liefen. Zug ab war er plötzlich frei nach dieser Kombination. Da hat Keller keine Chance. Genau platziert in den Winkel. Die erneute Führung für die Elche aus Dortmund. Und diese konnte natürlich weiterhin Überzahl spielen. Bei 5 Minuten, die werden komplett abgesessen. Die große Gelegenheit führt die Dortmunder sogar auf 3 zu 1 zu erhöhen. Aber dieser schlampige Pass von Schweiger und Tobias Schwab kann sich nicht so ganz richtig durchsetzen. Wird behindert von Kreuzmann und der letztendlich mit dem entscheidenden Tick, so dass Boris Ackers halten kann, die Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich. Gleich wieder Tobias Schwab und wieder sein letztjähriger Mitspieler Boris Ackers mit dem Schläger zur Stelle. Aber dieser kassierte eine 2-Minuten-Strafe in der 19. Minute kurz vor der ersten Pause. Powerplay für die Hausherrin. Nur 8 Sekunden und abgezogen. Tor 2 zu 2. Manuel Weibler in diesem Powerplay zum Ausgleich. Abgefälschter Schlagschuss von Alexander Baum vom Kapitän. Nach 18.41 Uhr exakt der Ausgleich für die Roten Teufel in Summe unterm Strich auch verdient. Aber es ging gleich los im 2. Abschnitt für die Roten Teufel in Unterzahl. In diesem Powerplay kommt die Scheibe an die blaue Linie zu Neumann. Der zieht ab und vielleicht die Sicht verdeckt. Es sieht so aus. Im Slot steht noch ein Spieler, der Dortmunder. Das 3 zu 2. Wiederführung für die Elche Keller ohne Reaktion. Wir gehen davon aus, dass er die Scheibe überhaupt nicht gesehen hat. Und somit schlug sie also aus dieser Position ein. Aber gleich wieder die Antwort von Bad Nauheim. Igor Filoburg durch die Mitte hat die Scheibe schon fast verloren. Irgendwie kann er sie wieder kontrollieren. Zieht ab. 3 zu 3. Hin und her wog das Spiel geschehen. Immer wieder konnten die Nauheimer ausgleichen. Dreimal hinten gelegen. Dreimal ausgeglichen. Nach 27 Spielminuten. 3 zu 3 in diesem Spiel. Ein echtes Spitzenspiel. Und Bad Nauheim war jetzt dran, vielleicht seinerseits mal die Führung zu markieren. Durchaus gute Situation. Und vor allen Dingen diese Sturmformation um Kai Pivovacek. Sie musste jetzt natürlich herhalten, nachdem auch Dennis Cardona noch fehlte. Zusätzlich zu Lenny Gehr. Aber Boris Ackers, er hielt natürlich auch was zu halten wahr. Und hier auch zu sehen, wie um jede Scheibe gekämpft wurde. Die Spielszenen, sie glichen sich ähnlich. Wenig Platz für die Spieler. Immer war ein Gegenspieler dabei. Und dann natürlich entbluten sich auch ein bisschen immer die Emotionen nach Abpfiffen vor den Kästen. Schiedsrichter Schukis macht es insgesamt recht gut. Außer vielleicht die Szenen mit den beiden hohen Stöcken und den Verletzungen hätten wir anders gepfiffen. Aber sei es drum. Nur jeweils zwei Strafen und ein Mittelabschnitt. Das ist natürlich wunderbar in einem solchen Spiel. Aber dann das 4 zu 3. 35. Minute durch Kreuzmann. Genau von derselben Stelle als Neumann, das 3 zu 2 machte. Eine ähnliche Situation, vielleicht auch wieder mal die Sicht verdeckt von Markus Keller. 4 zu 3 also nach 40 Spielminuten für Dortmund wieder die Führung. Und dann diese Situation im letzten Abschnitt in den ersten Spielminuten. Die Scheibe kann wieder nicht herausgebracht werden. Schöne Kombination von Dortmund. Und da steht plötzlich ganz frei David Hörtler. Nach 41.15 macht er das fünfte Tor für Dortmund. Vielleicht hat Bad Nauern schon so ein bisschen die Kräfte geschwunden. Und das entblut sich dann auch gleich in einem Zweikampf von Marvin Bauscher mit Thomas Tsiolkowski. Der Youngster bei Bad Nauern bekam nach dem Ausfall, nach der Strafe gegen Dennis Cardona, nach der Spieldauer, seine Eiszeit. Wollte dies nutzen, aber beide Spieler frühzeitig getrennt. Und auch hier der Referee mit einer guten Entscheidung. Beide 2 plus 2 plus 10. Das kann man so akzeptieren. Manch anderer hätte hier für beide möglicherweise Spielstrafen gegeben. Und damit wären sie auch im nächsten Spiel gesperrt. Also so wird das Spiel aus dem Verkehr gezogen, dass da nichts mehr anbrennt. Das war vom Referee sehr souverän gemacht. Ja, Bad Nauern wollte jetzt natürlich unbedingt noch den Anschlusstreffer. Sie gaben sich nicht auf. Das Spiel war noch nicht gelaufen. Sie waren durchaus noch weiter im Spiel. Dann eine Strafzeit gegen Schweiger. 46. Minute. Ein Powerplay-Tor hatten die Rundheufel ja schon gemacht. Jetzt bekommt Karl Pivovacek nochmal die Scheibe. Sieht ab und viel Verkehr im Slot. 5 zu 4. Anschlusstreffer. 47. Minute. Nach diesem Blue Liner aus der Mitte. Da war viel vor Boris Ackers los. Er wohl irritiert von seinen Spielern, die vor ihm standen. Hat die Scheibe vielleicht zu spät gesehen. Somit also wieder der erneute Anschlusstreffer. Und die Rundheufel. Jetzt wollten sie wieder den Ausgleich. Ein verrücktes Spiel hier an der Strobel Allee. Natürlich wurde man hinten auch anfällig. Das war ja auch klar, dass Dortmund mit Kontern möglicherweise den Sack zumachen könnte. Spannend war es bis zum Schluss. Und immer wieder Karl Pivovacek, der seine Mannen antrieb. Der Lenniger mustergültig vertrat. Und immer wieder auch Boris Ackers, der seinem Team den knappen Vorsprung erstmal hielt. Markus Keller schön, wie er hier das Spiel schnell macht. Tobias Schwab nochmal. Wieder Boris Ackers. Unkonventionell hält er hier die Scheibe. Ja, die Zeit lief aber herunter. Sie lief für Dortmund und gegen Fred Carroll und sein Team. Er nahm nochmal eine Auszeit. Letzte Instruktionen. Möglicherweise Tote rausnehmen. Natürlich alle Karten spielen, die man hat. Dortmund verstand es sehr gut. Siehe auch konditionell stark. Das war sowieso klar. Die Scheibe möglichst weit weg vom eigenen Tor zu halten. Bei Bad Nauheim waren eben diese Ausfälle, diese wichtigen Akteure, plus noch die Verletzten, wie zum Beispiel Matthias Baldis, der eigentlich nicht hätte spielen sollen. Man merkte dies ganz einfach. Aber die letzte Situation gehörte den Bad Nauheimern. Mit ein bisschen Glück wäre es vielleicht reingegangen zum 5 zu 5. Aber so blieb es am Ende beim 5 zu 4. Und Dortmund freute sich auch zu Recht. Das Spitzenspiel gewonnen. Aber an diesen Reaktionen von Dortmund merkt man eben, wie schwer auch diese Hürde Bad Nauheim gewesen ist. Aber die Rundhäupel, Sie wissen, in Bestbesetzung mit allen Mannen kann man auch Dortmund schlagen. Auch in diesem Spiel war durchaus etwas drin, mit ein bisschen mehr Glück und Fortun. Wie auch immer, Dortmund ist der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch hierzu. Bad Nauheim war insgesamt zufrieden auf die Fans. Wir freuen uns auf die Zwischenrunde. Vielleicht sieht man Dortmund da wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall mit dem nächsten Match hier bei Timeout. Schaut wieder rein bei uns auf der Homepage und natürlich auch in Kalonatstörern. Bis dahin, macht's gut und tschüss.